Oh, Lebi. Sehr cool. Freu dich mal nicht so früh, mein Guter. Guter, hinter uns ist ne Eiferwand. Ach, schade. Damit wirft man nicht. Ach, der schon wieder. Nur ohne Pferd. Na gut, er hat keine Zeitkontrolle mehr. Cavalier Angelo. Wie ist denn da schwarzer Ritter? Loll, that music, Doe. Was? Er kann seinen Umhang als Dings benutzen? Immer schön ins Bein. Okay, das dort nennen, nee. Das kann man entweder nur unterbrechen. Ja, genau, auf die andere Seite. Kannst du überhaupt was? Schäm dich. Es macht 1mm Damage. Du best an nichts können, wenn du immer nur abhaust. Ich weiß nicht, wie ich das dort schon kann. Ich weiß nicht, wie ich das dort schon kann. Oh, geil. All in. Oh, na. Ach, lol. Das hat nur eine gewisse Range. Ja, gut, dann ist ja easy. Also, das hat weh. Nein, ich hab vergessen, zu dodgen. Gott, das blocken. Ha! In your face! Ist es das, was ich denke, was es wird? Ach, lol. Das ist Trish. Das wird gut. Ja. 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 Ach, der lebt ja auch noch. So viel zum Warten. 15. Juni, 11.40 Uhr. Wo hat er die Decke her? Ich weiß, das für ein Fakt, weil ich aus dem Unterwelt bin. Mein Gott. Was bist du dann? Es geht nicht. Ich bin ein Schilder von meinem vorherigen Selbst, die alles verloren hat. Ich erzähle dir die Geschichte meiner Erinnerung. Ja, gut, da bin ich gespannt. Ein A. Sieht da. Man verbessert sich nach und nach. Kavalerie. Schneidender Feuerstuhl. Mit einem Motorrad verschmolzenden Teile von Kavalerie Angelo kann zweigeteilt wie Doppelklingel geschwungen werden. Aha. Müssen wir mal ausprobieren. Viele von Kavalerie Angreifen fügen durch die Räder, kontinuierlich Schaden zu, verkette Angriffe und trifft mit den drehenden Rädern, um das Potenzial der Waffe voll auszunutzen. Das klingt einfach, aber ist bestimmt bockenschwer. Yamato. Ist das nicht die Waffe von Virtual? Hm. Hm. Abwarten. Abwarten. Das ist doch bestimmt Virtual. Aber warum tut Virtual seinem Sohn das an? Warum sieht er so scheiße aus? Abwarten. 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 Das ist eine Sache mit der krummelnden Flesh und Gefühlen. Er braucht einen Mann aus dem Devil mit der Kraft des Yamato. Und im Endeffekt... der Mann wurde ein echtes Devil. Ich habe versucht, meine krummelnden Flesh zusammen mit dem kleinen Dämonischen Kraft, aber... ich komme zu meinem Limit. In Sprechung und Regenung meine menschliche Säule, habe ich herausgefunden, die gravität des Krieges, die ich gemacht habe. Ich habe herausgefunden, wie wichtig alles war. Alles, was ich in meinem Gelegenheit verabschied habe. Ist das, warum du zu finden Dantä? Ja... Verrückt. Ich dachte, dass er vielleicht... er könnte meine... vielleicht meine Füße... vielleicht meine Fehler... vielleicht meine Fehler... erzähl mir... ja gut... ich wusste gar nicht, dass Wirtel solche Kräfte hat. das ist ja mal übelst broken. Das wird witzig. Ja... Das tut mir ist... sieh! Ja! Tja! Ich bin! Oder dem? Der coolste Charakter namens V ist einfach mal so gut wie tot voll für den Eimer voll für den Eimer mein Lieblingscharakter ist einfach mal ein scheiß Schatten von Virgil von dem Kackbratzen er seinem Sohn Arm abgeschnitten hat weil er einfach dumm ist und einfach sein scheiß Schwer zurück haben wollte ist voll doof ähm okay muss mit der Waffe erstmal umgehen lernen das ist ja richtig dumm das ist halt richtig dumm lol die Karte in der Luft damit kämpfen ist ja witzig ich mach Bayblade tja deine Mutti kommt nicht um dir zu helfen ich hab was hingerechtet einfach nur zersäbeln musst du sie ich hab schon gar nicht wissen wie das Teil in Dämonenform abgeht ja sollte das eine Herausforderung sein so wie leicht gehst du mit meinem Motorrad verdammt leicht also was der Kerl braucht ist einfach nur ein Dämonen namens Kavallerie und ein Motorrad kaputt ist ich weiß drauf ob das mal ganz war oder nicht das ist einfach so krank ich finde es süß dass die anderen so freundlich sind und warten bevor sie mich angreifen bis ich den den ich gerade am Spieß habe gekillt habe ach wir probieren mal was weißt du was Dämonen säbeln schade komm vorbei jetzt wo der Spaß erst richtig losgeht kann man das eigentlich dann mit Sparta kaputt machen ja dauert nur länger wie ein Kartenhaus zerfällt's ich komme gerade nicht drüber hinweg dass wie einfach fucking virtual Schatten ist ich könnte beinen mein liebsten Charakter mit den geilsten Fähigkeiten obwohl Dante hat auch gute Fähigkeiten das hier ist fast 1 zu 1 eine Szene aus dem lass mich lügen ersten Teil ganz genau äh okay wir brauchen eine Larve beim ersten Teil gibt es auch so ein ähm von der Burg so ein Hof sieht fast 1 zu 1 genau so aus das ist wohl wahr brauchst du wieder eine Larve ach zu fit würde ich da nicht einfach kaputt machen nein gut ich finde es witzig dass die die einfach so mitnehmen ohne Kommentar ich habe eine Larve existiert halt so nach uns den weg hier unten vielleicht auch ob das so richtig war weiß man nicht schmecken lassen Parasit der einen Parasit zerstört also der Baum ist ja eigentlich kein Parasit kommt drauf an er erinnert sich auch von anderen aber leider ist der Wirt halt immer instant tot oh ein Kegel wo na hallele würdet ihr am liebsten eigentlich nur mit dem Motorrad rumboxen aber da kommen wir so unmobil vor yo okay das erfordert härteres Geschütz du musst leider leiden du musst leider leiden ach fuck ich war zu langsam könntest du bitte aufhören mich zu pressen du hast es nicht anders gewollt mann mann ich wollte gerade Dämonen aktivieren damit ich mehr Leben kriege hey die halten nix aus die halten nix aus wieso ist da schon wieder ein Krankenwagen schon eine zweite die die komisch naja zum Glück gibt's ja Leben krass ich glaube wir haben es verkackt wir kommen bestimmt nie wieder zurück krass krass achso wenn es sonst nicht weiter ist ich habe keine Lust mehr können wir braucht ihr könntet ihr aufhören mich da einen krepp zu sperren Aber das ist nicht so genug jetzt, dass die mit den scheiß Eis-Zaubern immer kommen. Hm. Klingt mir nix. Irgendwo falsch abgemogen. Ist irgendwo eine Lache vergeben. Da war nix. Geh mal hier lang. Boah, that range, though. Oh, schon. Geht da. So, ich nehme die Larve jetzt ein. Komm schon. Wo ist eine zweite Larve? Die zweifelzweig draufhauen. Ja, warum nicht, ne? Hm, lecker. Krass, dass die auch mittlerweile bedenken, dass, wenn das da runterläuft, dass es auch ein bisschen daneben geht. Geht, 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 geht. So, hilft dir immer noch nicht bei deinem Larven-Problem. Leben. Leben. Brauche ich ganz viel. Arena? Oh. Oh nein. Assassine. Bitte sag nein. Ja, ne Mischung aus dem Assassinen und dem, was wir schon machen. Du bist kacki. Räuber mit Höllentempo. Fury. Will ich das wirklich? Nein. Den musst du mit Tricks dastehlen. Verkackt! Der hält aber dafür nichts aus. Also, einfach nur einen kühlen Kopf bewahren. Alles ist easy. Das sind nämlich übelste Dreckschweine, diese Kack... Nämlich ein Assassine, immer. Ich fand sie im Reboot war das das schlimmste Gegner, den es gab. Hier ist auch noch ein Rinner. Wäre zu schön. Ja. Problem ist, uns fehlt eine Larve. Hm. Hier waren wir gekommen, oder? Ich suche die Larve. Hm. Jetzt hab ich hier scheinbar irgendwie übersehen. Das Auge der Weiß, hätte mir gesagt, dass ich die hier finde. Nicht hier richtig. Nein, zurück. Gut. Ja, ganz praktisch, dass man die Funktion hat. Aber ich mein... ...suchen könnte man dann trotzdem. Äh. Äh. So richtig einig ist sich das aber auch nicht. mean. Ja, ich bin hier. Ja. Ja. So richtig einig ist. Ich habe mir nichts. Ja. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020